Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 17. Februar 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 956 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Zum einen Microsoft Office, iPad Gaming, Bowers & Wilkins, Musik, For All Mankind und Internet. Ich starte gleich mit Microsoft und dem Office. Besser gesagt, der App Microsoft Office, die hat im letzten, vorletzten Jahr, ich glaube vorletzten Jahr war das, auf dem iPhone gestartet. Ist eine kleine, aber nützliche App, wenn man Dienste oder Apps aus dem Office-Universum, also mittlerweile aus dem Microsoft 365-Universum nutzt. Da könnt ihr Word-Dokumente anschauen, ihr könnt Excel-Dateien anschauen, ihr könnt Power-Präsentationen anschauen, ihr habt die Microsoft-Lens-Funktion mit drin und so weiter. Also es verbindet einige der praktischen Microsoft-Apps in einer App, vor allem wenn man anschauen muss oder viel anschauen muss und nicht so viel bearbeiten muss. Eine sehr, sehr, sehr praktische und sinnvolle App. Und die gibt es jetzt endlich auch fürs iPad. Dankeschön, Microsoft. Das hat gedauert, aber ja, gut Ding, will Weile haben, wie man so schön sagt. Und gut Ding, will Weile haben, ja, das trifft auch für den xCloud-Game-Streaming-Geschichte von Microsoft zu. Die ist ja nach wie vor nicht auf iOS unterwegs. Liegt unter anderem daran, dass Apple so böse ist, wie zumindest der Xbox-Chef von Microsoft so schön gesagt hat. Weil sie ja da dann jeden einzelnen Spieletitel hätten einzeln in den Store bringen müssen. Tun sie nicht, möchten sie nicht, weil zu aufwendig und so weiter und so fort. Und deshalb gehen sie jetzt den gleichen Weg wie Google mit Zadia und GeForce Now. Denn die beiden haben es ja geschafft, über den Browser Einzug erhalten auf die iPhones und die iPads dieser Welt. Ich freue mich darauf, vor allem weil dann kann meine Tochter endlich, wie heisst es nochmals, Minecraft auf dem iPad zu Hause spielen. Dazu komme ich später nochmals im Verlauf dieser Sendung. Weiter geht's mit Bowers & Wilkins, der britische Hersteller von tollen Lautsprechern und coolen Kopfhörern. Die haben jetzt eine Bowers & Wilkins Musik App rausgebracht. Wer Produkte wie ich, der Formation Suite nutzt, der hat sich schon gewundert, dass die App Bowers & Wilkins Home einzig und allein einrichten kann. Und man da nichts weiter tun kann, als eben die Geräte einrichten. Das ist jetzt neu mit eben der Music App möglich. So könnt ihr einfach und schnell auf die ganzen Streaming-Geschichten zugreifen, wie Tidal, TuneIn und so weiter und so fort, Soundcloud. Weitere sollen noch dazu kommen und, wie ich gemunkel habe, hören, soll auch die Home App im Laufe dieses Jahres oder des kommenden Jahres dann komplett verschwinden und die Konfigurationsfunktion in der Musik App aufgehen. Ich bin mal gespannt, wie schnell das vonstatten geht und noch gespannter bin ich, wie ich da Musik drauf streamen kann. Das werde ich aber erst morgen wieder tun, weil die Lautsprecher schon rechte Klangwunder sind und ich den Nachbarn hier oben im Büro nicht gleich aufwecken mag. Weiter geht es mit dem ersten Apple Original Podcast, passend oder begleitend zum Apple Original TV Plus Serie For All Mankind. Die geht nämlich am 19. Februar in drei Tagen in die zweite Staffel auf, gibt es jetzt einen Apple Original Podcast. Also jetzt heisst auch per 19., also zeitgleich startet er mit dem Filmangebot oder dem Serienangebot. Und wer da der Host oder die Hostin, wie spricht man das auf, einfach der weibliche Host der Sendung ist und was da alles drin ist, das könnt ihr nachlesen. Auf daily.geektalk.ch, da haben wir es in den Shownotes drin verlinkt oder im Podcatcher euer Wahl, da haben wir es drin. Dann gibt es eine Statistik von CompareTheMarket.com, die haben 35 Länder dieser Welt verglichen und geschaut, wo es das schnellste und günstigste Breitband-Internet gibt. Dreimal dürft ihr raten, die Schweiz hat es geschafft auf dem Platz 1. Wir sind mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 186,4 MB pro Sekunde, über das ganze Land, über alle Angebote, die es so gibt, auf Platz 1 gelandet. Das heisst, wir kriegen ein Netflix- oder generell ein Streaming-Video innerhalb von 2 Minuten und 3 Sekunden runtergeladen. Genau gesagt geht es natürlich hier um ein Angebot, das eine Stunde lang ist, also ein Video, das eine Stunde lang ist. Ja, schöne Geschwindigkeiten. Beim Upload haben wir es aber nur auf den Platz 7 geschafft mit 119,6. Da haben uns die Südkoreaner geschlagen. Weitere Stellen und weitere Ranglisten. Was haben wir? Schweiz, Dänemark, Französisch, Ungarn, Amerika, Südkorea, Spanien, Schweden, Kanada und Norwegen. Ja, Deutschland, es tut mir leid. Ich glaube, da geht es noch ein bisschen weiter, bis ihr einmal kommt. Was mich gewundert hat, ist, dass Österreich nicht weiter vorne ist, aber das kann man vielleicht der Jan dann mal später erklären. Zu guter Letzt habe ich noch ein Tweet, was ich gestern Abend rausgeworfen habe und da geht es jetzt eben wieder und da kommt das mit dem Spielen zum Zuge. Ich habe Fragen an die Eltern da draußen und da ist sicherlich der eine oder andere Hörer auch noch dabei oder die Hörerin. Was kann ich meinen Kindern, den grossen beiden, 10- und 12-jährig, zum Spielen empfehlen? Ich möchte nicht, dass sie wie alle anderen oder einige anderen der Klasse da schon Fortnite und ähnliche Games spielen. Da ist der Papa ein bisschen eigen, was das anbelangt. Da müssen sie was anderes finden. Ja, am besten wäre es natürlich, wenn Microsoft mit den Streaming-Diensten aufs iPad und so weiter kommt. Das habe ich ja vorher schon erwähnt, aber ich hoffe, ich bekomme noch die eine oder andere Empfehlung. Plattform ist relativ egal, Stadia ist da, Nintendo Switch ist da, iPad ist da und auch Windows-Rechner sind da. Also Möglichkeiten sollte es nicht fehlen, einfach am Spiel und möglichst ohne In-App und solche Geschichten logischerweise. Aber ja, für die Nicht-Eltern, danke, dass ihr es trotzdem angehört habt. Für diejenigen, die Rückmeldung geben, besten Dank. Euch einen guten Start und einen erfolgreichen Start in den Tag. Bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.